Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen. Ich dachte, ich mache nach der ganzen Zeit mal ein kleines Info-Update für euch. Also zuallererst, ich bin jetzt nicht bei meiner Wohnung, weil da sind hauptsächlich alle Arbeiten abgeschlossen. Ja, da müssen jetzt die Handwerker ran, beziehungsweise die Fachmänner, Elektriker, Wasserverleger etc. Zurzeit bin ich bei meiner Schwester untergekommen, zusammen mit meinem Haustier, zum Beispiel dem Hund da. Ein anderer sitzt da hinten auf der Couch. Die Wohnung meiner Schwester ist auch nicht besonders groß. Also erwartet jetzt nicht, dass ich hier anfange, Videos aufzunehmen. Ähm, ja. Worüber wollte ich alles reden? Zuallererst Haus. Also das Alte. Ihr habt ja schon in den letzten zwei Videos, die ich glaube ich in den letzten drei Wochen hochgeladen habe, gesehen, dass meine Wohnung absolut fratze ist und ich dort erstmal nicht wohnen kann. Das wird definitiv noch über ein halbes bis dreiviertel Jahr dauern. Wir haben all den Schlamm rausgekriegt, wir haben all die Möbel unten rausgekriegt und wegwerfen müssen. Ein paar auch aus dem oberen Stockwerk, zum Beispiel so verschiedene Steckdosen und Leitungen, die bis nach oben gingen. Ja. Wie ich gerade eben sagte, alles was wir von den normalen Menschen hier machen können, also die jetzt nicht das Fachwissen haben, konnte gemacht werden. Muss auch den freiwilligen Helfern mega danken, weil die haben echt gute Arbeit bei uns geleistet. Ich sitze jetzt hier wirklich einfach übrigens nur auf der Veranda und rede mit euch, mehr mache ich hier nicht. Ähm, die haben wirklich den ganzen Schlamm innerhalb eines Tages rausgeholt und auch all die Möbel rausgeholt. Dem muss man echt danken. Ihr habt ja in den letzten Videos gesehen, was für ein Chaos das war. Das haben die innerhalb eines Tages rausgeholt. Ja. Und wie gesagt, es wird lange dauern, bis ich da wieder wohnen kann. Jetzt Thema 2. Neue Wohnungen. Also wir haben, ich und meine Mutter, wir haben zusammen gewohnt, haben letztens eine neue Wohnung angeschaut. Ähm, so in der Nähe, wo wir früher gewohnt haben, damit wir auch recht schnell zum alten Haus hinkommen, falls da was gemacht werden muss. Die Wohnung ist ein bisschen größer als die, wo ich jetzt gerade bin. Das wird dann aber auch nur so eine 2-Zimmer-Wohnung sein, plus Küche und Badezimmer. Also nicht so extrem groß, aber ich werde einen eigenen Raum für mich haben und ich werde dann auch wieder neue Videos machen. Ich werde auch in einem extra Video, das ich dann auch machen werde, das dann auch mit dem virtuellen Avatar und jetzt nicht nur hier, wo ich einfach irgendwo sitze oder rumlaufe und vor die Kamera quatsche. Da werde ich dann über die ganze Situation sprechen, was an dem Abend geschehen ist, wie es mir in der Zeit ergangen ist, wie die Arbeiten liefen und und und. Ich wollte euch halt auf jeden Fall mal ein kleines Update geben. Die neue Wohnung, die wir angesehen haben, der Mietvertrag, den unterschreibt meine Mutter heute alleine, weil ich musste hier heute noch auf die Kinder von meiner Schwester aufpassen. Schlafen gerade. Eins halt so ein Jahr gerade mal alt. Das andere ist mit meiner Schwester gerade einkaufen. Ja. Und ansonsten habe ich eigentlich jetzt nicht mehr so viel zu erzählen. Wie gesagt, das kommt dann in einem extra Video. Da werde ich dann ausführlich drüber reden. Aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass die neue Wohnung wahrscheinlich sicher ist, dass ich dann wieder aufnehmen kann. Das Problem ist, ich weiß noch nicht, wann wir dort einzigen können. Weil als wir dort das erste Mal waren, da sagte die Vermieterin, dass die erst uns nächsten Monat anfangs reinlassen würde. Vielleicht könnten wir das mit der auch regeln, dass wir jetzt Mitte dieses Monats noch reinkommen. Und jedenfalls werde ich dann auch neue Videos machen. Ich denke mal, ich habe euch jetzt genug einen vorweg gequasselt. Ich wollte euch halt wirklich nur so ein kleines Update geben. Einfach nur von der Terrasse hier aus. Mal so ein bisschen talken. Hatte jetzt nicht vor, euch groß hier die Wohnung zu zeigen. Meine Schwester will das auch nicht so bedingt, dass man weiß, wo sie wohnt, weil sie sehr viele Probleme hat. Ja. Ich danke übrigens auch allen in den Kommentaren, die mir ihr Mitleid und auch ihre Hilfe sogar angeboten haben. An euch ein großes Dank. Aber war nicht unbedingt nötig. Wir hatten wirklich so 20 freiwillige Helfer da. Die haben alles erledigt. Aber trotzdem Dank an alle. Auch an die Mitleidsabos, die in den letzten zwei Wochen reinkamen. Ich habe kein Video hochgeladen und da kamen ein paar Abos rein. Auch an die Danke. Ich weiß nicht, warum ihr abonniert habt. Momentan kann ich nichts hochladen. Außer solchen Infovideos. Ja. Das war auf jeden Fall mit diesem Video. Ich hoffe, ihr konntet mit den Infos was anfangen. Das nächste Video wird dann erscheinen, wenn ich in der neuen Wohnung bin. Aber wie gesagt, weiß ich nicht, wann das sein wird. Ich werde dann mit allen Projekten weitermachen. Außer Phönotopia. Das ist jetzt schon zu lange pausiert. Das werde ich jetzt auch offiziell abbrechen. Das wird dann auch hinter der Playlist stehen. Ja. Und damit dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.